Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe sie hinter dem Haus gehört, geh und hol sie mir Achte auf die Quellgeister, die den Weg versperren Pfeffere ihn was, wenn sie dich bedrängen Sie brauchen Würze und du bist die Speise, ähm, diejenige, die sie ihnen verleiht Diese Mühle sollte dir gute Dienste leisten Warum würzt ihr eure Schwarten nicht selbst? Eine Frage der Priorität Meine Alabasterhaut muss vor den widerlichen Kreaturen geschützt werden, die in der Gegend wüten Aber dann kommt der Hunger Schau, du musst doch nur auf das Grunzen horchen und dann die Schnauze abschießen Soll nicht zu deinem Nachteil sein, zu meinem sowieso nicht Schau, du musst doch nur auf das Grunzen horchen und dann die Schnauze abschießen Soll nicht zu deinem Nachteil sein, zu meinem Nachteil Soll nicht zu deinem Nachteil sein, zu meinem Nachteil Soll nicht zu deinem Nachteil Soll nicht du sein, zu deinem Nachteil Dann je nachdem Das war's. 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 Das war's.